So, ich brauche mal eine Kiste, die kann ich hier hinstellen. Da bist du ja. Weiter auf den Stein einkloppen, ja! So, erstmal einladen. Auf dass ich wieder fliege. Erstmal einladen. Einladung. Verbündete sind wir ja schon. Jep. So, und ich baue jetzt den Weg hier weiter runter. Nein! Ach, Mann, ey! Und zack! Sehr schön. So, richtig. So, jetzt ausbauen. Bum, sum, bum, bum. Leitern dran. Zack, 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 zack. Dann den Hammer wieder raus. Immer schön hämmern hier. Tö, tsch, zack, zack, zack. Tö, tsch, zack, zack. Perfekt. So. Dann habe ich zumindest schon mal einen Weg auch nach unten und so. Herzlichen Glückwunsch. Mir fehlt Holz. Das muss ich wiederholen dann, ne? Aber ich glaube, ich baue hier so ein Dingszimmer, so eine Klappe auch, weißt du? Damit man hier nicht immer die ganze Zeit runtersegelt. Da ist gerade eine Katze aus meiner Tüte gekrochen. Was? Ja. Du sollst doch kein chinesisches Essen bestellen. Und jetzt guckt die mich auch noch bitter an, so nach dem Motto, was hast du mich in die Tüte gesteckt? Ich wusste nicht mal, dass die da drin ist. Hi. Na, Süßi. Ich brauche Holz. Ich brauche Holz, Mann. Brauche Holz. Scheiße. Ich brauche mal raus. Ich brauche Holz. Bumms, Bumms. Ich glaube, das müsste wohl jetzt mal reichen. Und Holz? Ja, ich brauche ja noch nicht das Dach ausbessern. Und für das andere brauche ich... Was ist das? Pflasterstein? Ja, Pflasterstein. Aber hier ist eine Scheune. Ich gehe mal davon aus, dass hier wahrscheinlich auch wieder welche mit Pflasterstein drin sind. Habe ich jemanden drin oder da? What the fuck? Löffet da eben mal ein Zombie in die Mine rein da hinten. Okay. Hier ist Johnny. Mal ein bisschen nach oben gucken, dass mir nichts auf den Kopf fällt. Stehe ich ja nicht so drauf. Das hat Pflasterstein drin oder so? Ne, das ist Zement. Naja, nahm ich trotzdem mit. Yay! Hui! Au. Lukas ist gestorben. Sehr schön. Ja. Ich bin sehr intelligent gefallen. Sagen wir es mal so. Gut, dass ich nicht aufmühe. Das wäre peinlich gewesen. So. Erscheine auf meinem jetzt. Ich glaube, das sind... Hm. Hm. Hä? Was denn? Ich habe mein Inventar ja noch. Ja. Ey, wie lame ist das denn? Ist das neu? Keine Ahnung. Ich weiß wie lange das das letzte Mal her ist. So. Wie kriege ich jetzt Pflastersteine? Vielleicht schon mal ein Leiche nicht mehr. Guten Tag, junge Dame. Hui! Oh. Au. So eine nette Dame, die den Kopf weggeballert. Wird gerade von unserer Zugbrücke zerstört. Pass auf, das Ganze drunter festbacken. Ja, ich habe es gemerkt. Der Zug. So, und das kann da rein. Blacky musst du mich da erstmal rausholen. Damals ist ein Lochkram. Deswegen ist da ein Loch unter der Brücke. Ach so. Deswegen ist da ein Loch. Ja, das Ding auf mir hätte die Brücke auf mit niedergeschlagen. Ich kam da nicht mehr raus. An sich ist es ja eigentlich schon traurig, ne? Wow. Gib mir jetzt Zement. Ach du Schand, da hinten ist eine Reisegruppe. Ja, dann. Hau die Reisegruppe. Kante. Eine Reisegruppe. Eine Reisegruppe. Mit der Frau Merkel auch. So, jetzt brauchen wir neue Gerüste, damit ich weiterbauen kann. Neue Gerüste. Oh. Die können ja nach unten gehen. Wenn du Gerüste brauchst, wenn du in der Webseite kriegst, ist das so noch Urzahunde. Okay. Angela? Nein. So, jetzt kommt der Praktikant. Da. Schau uns mal ein Dach, ne? Macht das. Hier ist keiner mehr zu Hause, aber ich glaube, ich war auch schon drinnen gewesen. Und Dach. Und das sei nicht gemeint. Die ist mal angesprochen. Und dieses bescheuerte Atmen gibt's auch noch. Wo diese... Oh, sind ja doch noch welche. Hi. Jetzt fehlt mir schon wieder Zement. Hühnchen. Ja, hat's ehemgelein. Jetzt fehlt mir Stein. Auf Sonntag. Hühnchen. Ich nehm' einen kleinen Stein, okay? rumm. Ähm. Soll ich 1052 Zement machen? Ja, mach aus damit. Du bist hungrig. Ich bin schon wieder hungrig. Alter. Dann schmelze ich mal das andere Stein ein, was du brisst. Ja, dann ess doch das Fleisch, wenn du so hungrig bist. Armes Kind. So. Hips. Hallo. Hi. Ähm. Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding. So, dann packe ich mal hier rein. Natur. Wo alt ich denn Natur? Tierisch. Pflanzen. Ähm. Flanken. stimmt ich wollte meine eisentür mitnehmen die ich gebaut habe vor einem halben hundert hier schmerzen ja steine noch mal ein 10er pack fleisch mit hier was habe ich ja ich finde es auch mal cool wie die steine hier schwarz werden schon hier das ist ein frischer ja sieht einfach aus weißt du hast hier die mitte ja aber die kann man nicht ja die kann man nicht aufwerten kann man erst aufwerten wenn sie beton sind genau trocken das ist nicht passiert was denn nix beste butter so so also ich brauche nie mit nägel noch magst du mir mal gute spitzhacke basteln und eine gute axt und eine gute schaufel wir haben noch gute axt und schaufeln und so kaputt wir haben werkzeug reparatur gibt es da drin ja aber wir haben nur zwei jahre so finde stahl axt 15 mal stahl weg zeugel 30 mal geschmiedelter stahl stahlwerkzeugteile stärkwertzeugteile die höchste schaufel die wir haben ist auch nur für braucht man eigentlich einen vorschlag kann man zum einreißen das ist besser zum einreißen soll hier wenn du nackst haben willst ja wir betrug besuch unten ich hab's gehört kümmern mich drum hallo klebeband stopp er hat sich selbst umgebracht ja manche machen das allerdings brauchen wir hier jetzt einen neuen zaun der hat ihn irgendwie kaputt gekriegt der zeit reingelaufen exakt er ist doch eingelaufen ich müsste irgendwas machen habe ich habe ich habe ich habe ich dann mal los hier wo ist der stein hin hast du steiner ja deswegen bin ich keine steiner so das war's teile wieder hier rein wo sind die steine bei mir in der tasche mit mir so habe ich noch holz ja schild so neue steine seine obwohl die kann ich wieder reinpacken ich habe jetzt nur noch sind aber nur 600 ne sind aber 600 guck mal meine stahlspitztacke kann ich da jetzt auch wieder reinpacken goldrumpentee müsste ich mir nennen warum erhöht der nicht den den knüff den knüff die ausdauer regeneration das gerade versucht mich zu hauen ja ich bin ich gar nicht ja ausdauer wiederherstellung 15 prozent durchfall heilen ja ich muss warten dass meine werkzeuge sind ich möchte nicht wissen wie das aussieht wenn man durchfall hat absolut nicht hier ist ein motorrad hatte das ist meins ich fahr gleich wieder zur eisenmine hast du da oft so einen braunen fleck hinten an der hose weißt du das ohne witz jetzt nein ich habe keine ahnung blackhead ich glaube ich soll mit seinem charakter mal durchfall hat oder da waren wir auch getrennt gewesen ich stelle mir das vorläuft die ganze zeit mit seiner hose rum und das dumm baunen fleck oh was war das ich habe auch zu sehen geschossen weil ich wieder reingeklippt bin ja ich habe es mitgekriegt ich höre hier hinten nehme ich nur so ein boom das ist keine normale stahlspitzt keine stahl axt das ist eine stahl kampf axt oder so breitach zum kram stahl sachen hätte ich auch gerne da musst du eine stahlwerkzeugteile finden muss man finden am besten kannst du das wenn du stahlwerkzeug auseinander nimmst die du erstmal finden musst das macht meine ack meine spitzzacke da war noch ein bisschen okay bamm ba da 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 bamm da 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 dm bum 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 ach mein Bein ist auch wieder geahelt Die ich ja feini. So, ich hole noch ein bisschen Zementen rein, ne? Was? Am Ofen habe ich noch ein bisschen Zement nachgebrannt. Alles klar, danke. Oh Gott, Mann, Spitztackel, es wird fertig. Eine Spitztackel braucht nie, ich ne sehe, ich brauche die Spitztackel. Du kannst keine Geft-Be-Heatle bauen, oder? Nein, das ist bitte nicht nichts. Scheiße. Nur das Auto mit dem oben haben. Muss, glaube ich, nur gleich ein bisschen nachdenken, weil ich dann... Ich will erst mal den Stein hier. An dem ich gefühlt seit 20, 30 Jahren sind. Ja, wir hatten unten und so herum auch ein paar Felsbrockenreise gesagt. Der habe ich schon dann weggekloppt. Den habe ich gerade weggekloppt, der etwas weiter weg war. So, dann die Mod da rein. Sehr schön. Stahl-Spitztackel auf Level 5 und Stahl-Axte auf Level 5, freut mich. Ich hätte mir noch eine Stahl-Schaufel noch gebaut mit Level 5, aber wir haben keine Stahl-Werkzeugteile mehr. Kann man die nicht herstellen? Warte mal. Stahl-Stahl... Stahl... 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 Alles klar. Du fährst unter mir durch, statt über mir drüber. Nee. Ja. Logisch. Dieses Spiel. So, und zurück an der Wirkungsstätte. Sehr schön. Bum, 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 bum. Welche Richtung seid ihr denn schon gefahren? Äh, relativ viel, also wir haben einen ganzen Umkreis hier schon entdeckt. Ich muss sicher relativ weit weg. Nö, wir haben ja nicht alle vor Häusern mitgenommen, also mal einfach mal reingucken. Und der Loot resettet sich ja auch nach ein paar Tagen wieder. Also resettet nicht, sondern taucht wieder auf. Du bist du... Eilbert, was ist das für ein Geräusch, ey? Oh, verschrocken. Da hat der Durst. Da hat der Durst. Ah. Kurz vorm Orgasmus. Ja, ich saug immer dafür, dass der 13, äh, dass er immer überall ist, ein bisschen. Kurz vorm Orgasmus, ey. Alter, scheiß Gras, ich komme in das Ding nicht dran. So, jetzt bräuchte ich das Schild mal. Mine. So. So, sehr schön. Tür zu. Träge ich noch ein bisschen Wasser hier, damit er nicht gleich wieder einen Orgasmus bekommt. Ich habe leider mein Dings vergessen, weil es mich gerade ein bisschen ärgert hat. Was für ein Dings? Ich wollte Eisenstachelfalle machen, um die hier rumzulegen, aber... Mal vergessen. So viel schön, dass es mir teilen wird. Hallo, Sir. Die wollen bestimmt nur noch den Weg fragen. Und dann komme ich denen zur Bibliotisch. Heute ist Dankeschön, diesen Drinks abends. Sehr gut. Hm? Geist du einen Beistand oder so? Blei gibt es hier auch ordentlich, dass es gut ist. Wofür braucht man Blei? Panzerglas. Ah. Okay. In der Longshore wird man zumindest rausgucken, weil sie denn da schon auf dem Sofa sitzt. So, machen wir noch mal Eisen hier ein bisschen weiter. Hm. Das weg, das weg. Brauche ich gleich noch. Hm. Und BAMS. Das ist noch Eisen. Ich sehe es auch. Und die nächste Eisenader ist doch schön. Bald fällt das hier alles zusammen, weil ich da so ein richtiges Loch gebuddelt. geschürft habe, weißt du es. Hm. Lustig wäre es zumindest. Ja. Pff. Adermann, hier ist es gestorben. Äh. Ey, das ist so geil. Ey, du holst eine, eine Ada hier weg und dann kurz da runter und dann kommt die nächste. Das ist vielleicht, okay. Aber hier ist noch Eisen. Geh mir mal ein bisschen Goldhüttentier mit. Niemals. Trau mich. Wenn ich einen Durchbefall brauche. Da sind doch zehn. Was soll ich? Essen. Was ist das Fleisch? Weg. Hast du das ganze Fleisch mitgenommen? Äh, ich habe jetzt noch 18. Also der scheiß Hunger, mein Charakter bekommt, wenn ich hier arbeite. Ich muss sowieso gleich mal zu Hause, wenn ich hier und wir da bin, gucken, wegen Kochrezepte. Muss irgendwas Besseres geben als Fleisch und so. Ich glaube, davon musst du auch, äh, auch irgendwie, ähm, was lernen. Habe ich schon ausgeskillt. Achso. Na, kochen habe ich auch gemacht. Ich habe auch den Bergbohrmeister gemacht. Äh, stand auf. Ey. Du hast nicht genug Außerzauer. Wahrnehmung, ne? Was denn? Nö. Ich suche gerade irgendwie die Möglichkeit zu kochen, aber ich weiß nicht. Hast du denn schon Packesel und Dings fertig? Nein. Mach doch die erstmal fertig, das ist das Wichtige. Du sexuell Tenerasaurus geht ja in den Dingsaustauer weniger weg. Und Packesel kannst du mehr tragen. Also ich habe Koch, Chefkoch fast ausgelernt, okay. Jetzt habe ich es ausgelernt. Äh, Bergbohrmeister, wie gesagt, war ich auch fertig. Hauptaar, da hätte ich noch machen sollen, ey. Aber dafür brauchen wir erstmal Erfahrungsboote wieder. Das ist ja nicht das, was ich als nächstes machen wollen würde. Da nehme ich Maisbruch. Du kannst auch... Ich kann auch ein bisschen was am Mais kochen oder so. Wie gesagt, es muss irgendwas Besseres geben, dass ich dann... Alter. Sand, fall ja nicht auf mich runter. Alter, ey. Wie bin ich denn hier gelandet? Ich brauche noch mehr Mods. Wir könnten da immer zusammen losfahren, ey. Ähm. Meine Welt ist ein bisschen verpackt. Meine Welt ist verpackt? Ja, ein kleines bisschen. Ja, sie ist verpackt. Why is it verpackt? Ach, ich meine nur, weil... Ich habe statt einem Boden, habe ich... Irgendwie... So, Grafik-Bug. Ja. Ah, ja, okay. Muss halt weggehen, also... Mir fällt... Ich glaube, du fällst da auch durch oder so. Jetzt habe ich wieder Ausdauerprobleme... Nein! Oh! Jetzt bist du tot. Ich bin nicht tot. Ich habe mich verklebt. Ich wollte auf Optionen drücken und habe auf Deinlassen gedrückt. Toll! Ja, dumm gelaufen. Ich weiß, dass ich dumm bin. Toi! Oh, Juckreiz! Waschen. Tut das gut. Oh, herrlich. Rückenkratzer. Oh, herrlich. Oh, herrlich. Oh, herrlich. Oh, herrlich. Oh, herrlich. Untertitelung des ZDF, 2020